Ein Video, ein Format, eine Challenge, wenn du lachst, haste du verloren, wenn du nur einmal eine ganz kurze, ich, 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 verloren, denn wenn du lachst, musst du dieses Video von vorne anfangen. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an alle, die eingeschaltet haben, herzlich willkommen an die, die gerade wieder zurückspulen mussten, weil sie gelacht haben und mein Intro wieder angucken müssen, aber endlich ist es mal wieder soweit, ihr habt mir Clips eingeschickt, ich schaue mir jetzt an, wir dürfen nicht lachen. Wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, sorry, wenn ich ein bisschen anders klinge, weil ich bin extrem krank immer noch, aber ich mache trotzdem für euch das Video, deswegen, Leute, auch noch an die Neuen, die, die neu einschalten, unter mir steht noch, abonnieren, wenn das Rot leuchtet, klickt drauf, ihr bekommt jeden Tag umsonst ein neues Video, ein Abo ist gleich eine gute Besserung, danke schön an jedem, der mir hier eine gute Besserung wünscht. Ich versuche nicht zu lachen. Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit, hallo! Bitte was? Okay, was ist denn das jetzt, Digga? Typ sitzt auf... Okay, Bruder? Hä, was? Ja, und damit stehe ich zum ersten Mal in dieser Folge... Nicht lachen. Oh Gott, ich muss mich so zusammenreißen, Mann, nicht klar, Bruder. Mann, was machst du auf diesem Motorrad? Ladies and Gentlemen, ich dachte jetzt, keine Ahnung, der fährt auf einmal los, irgendein Meme wird entstehen, was weiß ich, der macht komische Soundeffekte, sein Kumpel fliegt hin, im Ball kommt reingeflogen, wie auch immer, aber nicht... Nico, was sagst du zu diesem Clip? Perfekt, wir machen weiter. Nein, 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 nicht nochmal der Clip, nicht noch... Ah, ich habe mich verklickt! Marco und habe diesen Kanal mit... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin der Kameramann. Ah, Bruno, wieso bist du der Kameramann? Ich bin Bruno. Ah, Mann, ey, ist doch egal, okay, ich habe das erste Mal gelacht, komm, Alter, ich hatte fünf Leben, jetzt habe ich noch vier Leben, ist mir noch auch alles egal. Bruno, Digger, wieso bist du nicht mein Kameramann? Bruno. Ah, okay, Leute, ey, ich starte das Video von vorne, ihr seht mich gleich wieder, wenn ich wieder an der Stelle angekommen bin, Alter, let's go. Zwölf Sekunden später. Ich bin Bruno, ey, und ich bin der Kameramann. Alles cool, weiter geht's. Was macht denn der? Ich, 35, immer noch Single? Nein, der macht nicht selber Bilder von seiner Hand, oder? Bruder, was? Ach, du Heilige. Wie geht das? Wie hat der so viel Talent mit seinem Mund? Wie kann der Bilder mit dem Mund machen? Hä? 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 Also, Leute, wenn ihr das nächste Mal durch Instagram scrollt und euch denkt, ach, was für ein wunderschöner Feed. Oh, da haben wir aber wunderschöne Bilder. Aha. Dann wisst ihr ganz genau, wie das gemacht wurde. Oh, diese Clips, ey, Leute, ey, mein Gott, ich hab's so nicht vermisst, ich hab's so nicht vermisst, ich darf nicht lachen. Marki, bitte nicht lachen. Äh, äh, mir ist da auf jeden Fall selten, ich hab nen Ausschnitt. Ähm, und sie heißt Olivia. Okay, Olivia. Ach, Eye-Tracker? Ja. Ich bin Olivia, bin 16 Jahre alt. Äh, ich würd erst mal sagen, wir gucken mal weiter. Danke schön, Germany. Unge! Stopp, Unge, nein, 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 das ist kein Lachen, das ist kein Lachen, das ist ein Unge, was machst du? Oh, irgendwelche Germany's Next Topmodels angucken, aus Versehen ein bisschen Ausschnitt, die Ausschnitt, die Gucke, Gucke. Ich bin ja länger, bin 16 Jahre alt. Oh, Unge, FBI guckt immer zu, oh, oh. Hey Siri, schaut das FBI gerade zu? Ich bin mir nicht sicher. Okay, was haben wir jetzt da? Was geht ab, meine Freunde? Was geht, Bro? Mein Porsche, der verbraucht zu viel Sprit. Digga, Strange. Ich hab keine Kohle mehr, aber ich muss nach Hause, deswegen steigen wir mal jetzt in ein fremdes Auto ein. Was? Nein. Hä? Was wollen Sie denn hier? Fahren Sie mich nach Hause. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Was? Bitte verlassen Sie mein Auto. Ich hol sonst Polizei. Ich möchte aber nicht ins Gefängnis. Ja, können Sie auch nichts anändern. Leute, seht ihr diese Augen? Seht ihr, wie besserig die sind? Das ist Lachen, Zurückhalten vom Feinsten. Lulul. Bruder, er ist nicht tatsächlich in irgendein wildfremdes Auto gestiegen. Wildfremd? Der arme Opi. Der arme Opi weiß gar nicht, was abgeht. Also wirklich, an der Stelle. Alter, was macht ihr, wenn ihr an der Ampel steht mit eurem alten Fiat oder so, der noch keine Absperrung hat? Wisst ihr, die neuen Autos, da kann man ja nicht einfach die Tür aufmachen, die sind ja abgesperrt. Bruder, ich drücke das Gaspedal durch. Ich möchte aber nicht ins Gefängnis. Ja, kann ich auch nicht sein ändern. Ich will doch auch nicht ins Gefängnis. Okay, wir spulen zurück. Ich bin gleich wieder am Stizzle, wenn wir wieder beim Clip gelandet sind. Wir müssen das Video von vorne starten. Zwölf Sekunden später. Oh Mann, ich muss schon wieder vom vorne anfangen. Drei Tage später. Jetzt erkenne ich alle. Ich bin voll im Flow. Oh nein, nicht wieder ein Rungeclip. Oh nein, nicht wieder ein Rungeclip. Digger, was ist das für ein Zinken? Man sieht ja sogar noch das, man sieht ja sogar noch das Auge. Ey, ich weiß nicht, wer das sein soll. Das sieht einfach nur aus wie ein Insekt. Digga, was ist das für ein... Bruder, der Arme. Das kann ich nicht erkennen. Das ist eine Frau. Eine Frau? Oh, Unge. Nein, nein, nein. Du kannst doch nicht sagen. Nein, du kannst doch nicht sagen. Das sieht aus wie ein Insekt. Das ist eine Frau. Und am Schluss... Nein. Ja, nein. Auf zu lachen, Unge. Ich will nicht mehr. Ich hasse dieses Format. Ich bin so schlecht darin. Der Moment, wenn du nicht wegen dem eigentlichen Clip lachen musst, sondern einfach nur, weil Unge danach selber lacht. Musst du dir auch schon lachen? Stimmt mal ab. Ja oder nein? Stimmt mal hier oben ab. Ich muss wieder von vorne anfangen. Jetzt muss ich gleich wieder den Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Oh nein. Oh nein, bitte sag mir nicht, das ist so ein Rapper. Oh nein, diese Clips packe ich gar nicht. Bitte nicht so ein Rapper. Bitte nicht so ein Rapper. Ey, bitte, ich muss jetzt schon. Tief durchatmen. Wow. Wow. Talent. Nö. Okay, nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Modus bleibt Modus. Ja, genau. Mein Modus ist es, deine Mutter zu f***en. Was? Was? Komm, hol mir deine Großfamilie. Komm, hol sie mir. Hol sie mir. Ich komme mit ganz Russland. Und Putin. 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 Dann erzählen wir eure Großfamilie nieder. 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 Und dann seid ihr alle weg. 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 Hahaha. Bruder, hör doch auf. Mach doch nicht diesen. Was macht er mit seinen Armen? Was macht er? Ja, genau. Das ist so diese, kennt ihr diese Situation? Das ist diese typische Situation. Wenn irgendwer vorne Schule Referat halten muss, okay? Der hat sein Referat zu Hause vergessen und auf einmal fängt er an zu improvisieren. Modus bleibt Modus. Ja, genau. Bruder, nein. Ich muss nur vorne anfangen. Ich will nicht mehr, Leute. Nee, komm. Oh, ich guck's mir nochmal an, ey. Ich will nicht mehr. Sechs Stunden später. Leute, wir haben es jetzt zum grandiose Schluss geschafft. Der grandiose Schluss. Also der letzte Clip des Tages. Musst ihr dir lachen? Musst ihr dir nicht lachen? Wir werden es rausfinden. Let's go, Baby. Was? Okay. Eine Person. Nur noch eine Person. Leute, wir werden es rausfinden. Ich will nicht mehr, Leute. Ich will nicht mehr, Leute. Ladies and Gentlemen, das war dann auch eine geheime Aufnahme. So sehen meine Fortnite-Aufnahme nämlich in Wirklichkeit aus. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, lasst noch ein kostenloses Abo da. Kuss geht raus. Dankeschön für dieses Format, für diese Clips, Leute. Ey, ich hab wieder komplett geistkrank verloren. Aber schreibt mir, habt ihr irgendwie gewonnen, habt ihr lachen müssen, was auch immer. Wir sehen uns beim neuen Video wieder morgen oder übermorgen, je nachdem, wann ich wieder gesund bin. Klickt ihr noch das letzte Video an, denn da geht es auch noch zu irgendwas. Ich hab vergessen, was es war. Ich bin raus. Tschüss, Alter. Oder nicht lachen. Wer kam? Oh Gott, nie wieder, nie wieder. Meine Nase ist so verstopft, Bruder. Untertitelung ab, wie aber. Vielen Dank.